hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge flotsam so wir haben was haben wir denn da gebaut ja kurz folgen dazu wollte ich noch sagen das war unter anderem ein wunsch ich denke mal das lag daran weil bei anderen formaten die folgenlänge so hoch ist ja mag sein wir schauen mal wieder ein captain es sollte es gut um das treibgut zu holen okay also wir schauen mal wir setzen mal eine boje besitzen wo ihr hier so wir vergrößern das ganze so und jetzt sagen wir zum boot wie kriegt einen kippen rein so ein boot wird genutzt und treibgut auf dem meer bla 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 so sucht sich der selber jetzt einen fährt einer von alleine oh sie fährt oh wie cool auch wie cool kriegt ganz schön übergewicht alles gefällt mir das gefällt mir das ja süß ja super und wie schnell das geht im vergleich zu den schwimmern so wie viel ist jetzt drauf zehn stück ja das ist schon nicht schlecht das ist schon nicht ich hätte gerne ein zweites oder das ist fertig super so distillerie ja wir haben kraftstoff ja wir haben wir haben was das dann hier wird das gegenstand es ist eins okay so was das destillieren braucht treibstoff damit es funktioniert gut erforderliche zeit 30 sekunden wir brauchen den trifft gut was das da dann machen wir mal so vier können wir machen wenn man so lang heizt und wir brauchen trockenes holz dann brauchen wir da drinnen wahnsinn okay ich sehe wohin das geführt wohin das wird ich kann es erkennen ja ja so dann werden wir die hier entfernen so so wir brauchen ein fischerbrot wir brauchen definitiv ein fischerbrot da 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 was brauchen wir für fischerbrot noch plastik okay da holen wir uns da den rest das ist zwar nicht mehr viel was da ist aber dann haben wir da alles abgeräumt schon ganz okay so räumt aus bringt mir den lud bringt mir den lud ja plastic belly macht das was das die kinderkarte sie ist einfach weniger das ist sehr sehr lobenswert dann bleibt den anderen mehr finde ich gut so ja auf die frage ob das immer kurz folgen bleiben ob das immer kurz folgen sind ja vorerst schon und wir schauen uns das einfach gemeinsam mal an und ich würde sagen wir spielen das mal was weiß ich zehn folgen ja machen wir zehn folgen ja schauen wir mal ja das geht aber eh schnell das geht eh schnell sowas mit ihr das plastic belly die räumt noch aus die hat fünf plastik dabei was gut ist so und jetzt nimmt sie wahrscheinlich das holz ab ja okay das heißt die steuern in gewisser weise steuern sie sich ja selber ist ja alles gut drei flaschen oder ja sehr gut so da kann nicht weitergearbeitet werden wenn da noch brennholz fehlt schauen wir mal wird alles gut gehen also da wird neues holz aufgehängt so da sind wir fertig da fehlt noch der export das inventar ist voll 10 brennholz wahnsinn super was ist hier vier wasser sehr gut was machst du da okay du transportiert das wasser zurück wir haben jetzt 12 11 die vier kommen dazu oder ja er vom 13 okay ja ist okay so dann würde ich sagen auch ein fischerboot kann hier gebaut werden so da wird natürlich weiteres holz gebaut währenddessen einräumt ein der andere produziert weiter ist das nicht schön ist das nicht schön ist das nicht schön das ist toll so da stellen wir gleich auf zehn ein warum auch nicht wenn es hilft soll ich so sein so super ist das da wird noch produziert wir haben zwölf auf reserve frage ist brauchen wir das so was können wir noch bauen destille vielleicht eine zweite destille navigation so gute wasser da wetten ein zuhause für deine drifter wo sie sich ausruhen können ja das wäre schon schön aber das will ich später machen so haben wir ja auch noch plastik und so also super und fische 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 bauen wir ein zweites lager ich werde einen stieg haben zu wenig plastik so wir werden nach einem stieg bauen hier zum beispiel oder hier und da werden wir entlang noch so ein zwei vielleicht 22 22 leger wir werden zwei leger bauen die leger so da fehlt das brennholz das ist gut also gut naja und da wenn wir eins herstellen aber noch nicht so wir haben ja noch holz so super wenn drei trifft das heißt jetzt haben wir bereits so viele aufgaben dass alle immer eingesetzt sind und wir können unsere hauptaufgabe nur schwer erfüllen im moment es sei denn ich sage zum beispiel so bergen los geht's ja dann hätten es natürlich so außerdem möchte ich hier gerne ein ach so ja und wenn der balken voll ist dann dann ist er voll was wollen wir für da ja getrocknetes holz eines würde ich davon gerne bauen so dass wir da hinten in die warte schlange setzen ja großartig so baut hier da ist noch voll das fischerbrot naja voll aber fünf plastik ist drin das plastik hätte ich gern räumt mir das plastik aus so war okay lagerkapazität ist jetzt 13 haben wir da drinnen toll eigentlich könnte es dann aufhören hier zu produzieren so produziert das mal fertig und dann produzieren wir mal eine zeit lang nix in der werkstatt so das fischerbrot ist voll das fischerbrot ist voll so das würde ich dann natürlich gerne zu den fischen hier setzen das werden wir aber morgen machen gemeinsam so er muss was trinken und dann würde ich sagen zünd doch mal was an hier super so das müllbrot wie ist das hier mit der boje wenn ich da auf dem radius schau kann ich den noch größer machen ja kann ich ich hätte das nämlich gerne wirklich abgefahren dass hier nichts mehr ist gar nichts mehr da was haben wir da okay export ist wieder voll ja es ist okay was haben wir da super da wird wasser produziert gut dann würde ich sagen wir brauchen auch eine müssen das was das wird sich eine fischerbrot boje so kann die nein die muss so sein so ein fischerbrot und schauen wir mal wie viel fische wir fangen so da wird wieder produziert da wird produziert das heißt wir hätten einen frei der transportiert aber im moment gerade das ist das ist ein stiegsegment so super läuft doch jojo so alle sind müde das werden wir dann beheben werden betten bauen am besten betten sowie haben wir da ja geht auch ganz gut auch ganz gut was macht der knopf hier ok wahrscheinlich haben wir später was anderes anzünden naja schauen wir mal so was heißt irgendwann einmal müsste der träger hier die plastik bei lady gute so was machst du jetzt fisch in der tiefe das ist eine gute idee so setzt sich ins floß und auf geht's und schon kommt sie mit ihrem fischerboot die gute plastik belly ok und schon wird gefischt super wie kommt da rein knabberfisch knabberfisch im boot zwei haben schon drinnen super ja gute plastik belly du machst das du machst das ja so dann würde ich auch sagen wir haben das ende der folge erreicht vielen dank fürs dabei sein bis zum nächsten mal tschüss